Ich erschließe eine ganz neue Kundschaft mit dem Zeug. Neue Märkte, neue Profitmöglichkeiten, der ganze Scheiß. Das ist jetzt schon die zweite Charge, die zu leicht und gestreckt ist. Ich weiß. Das ist dein Zuständigkeitsbereich und daher deine Verantwortung. Also kümmere dich drum. Irgendwas Neues? Sieht nicht gut aus. Wir verdoppeln die Sondereinheit. Das Zeug muss runter von der Straße. Musst du irgendwo hin? Es sind noch ein paar administrative Fragen zu klären. Also zufrieden? Es ist nur ein Fynn. Du begleitest mich also auf der nächsten Tour und du kriegst einen fairen Anteil. Na schön. Seid ihr soweit? Hast du das Problem gelöst? Sie sind wohl ein richtig großer Fischer. Ich werde da vorsichtig. So sehr wir dagegen angehen, nichts hat sich geändert. Hast du sie nicht mehr alle? Du hast gespielt. Du hast verloren. Für dich ist es vorbei.